Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir. Leute, aktuell sieht es mit dem Bitcoin nicht gut aus, denn wir haben hier einen wichtigen Widerstand, den wir geschafft hatten zu durchbrechen, wieder nach unten durchbrochen und konnten diesen Support nicht halten. Wie es jetzt mit dem Bitcoin weitergehen wird und wie es auch mit Ethereum ausschaut, denn alle die mich auf Twitter verfolgen, wissen, dass wir unser Preistarget vom gestrigen Video erreicht haben und wie es jetzt weitergehen könnte mit Bitcoin und Ethereum, werden wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen. Also bleibt bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um meinen Content weiterhin zu supporten, den ich euch täglich kostenlos zur Verfügung stelle. Schauen wir uns jetzt den Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart an, können wir hier sehen, dass wir es geschafft haben, hier mit dem Preis, unseren wichtigen Widerstand, den wir hier an der gelben Linie hatten, wo wir zuvor mehrmals wie hier, hier oder auch hier abgeprallt sind, haben wir es geschafft, nach oben hin zu durchbrechen. Aber wir konnten leider es nicht schaffen, diesen Widerstand, den wir zuvor hatten, als Support zu retesten und sind mit dem Preis aktuell gefallen und befinden uns momentan bei 56.788 US-Dollar. Jetzt bleibt es wichtig zu sehen, was genau mit dem Bitcoin passiert. Theoretisch haben wir hier an dieser weißen Linie unsere Aufwärtstrendlinie und sollten wir diese beibehalten, ist dies nicht mal schlecht für den Bitcoin, denn wenn wir hier einen Bound sehen sollten, denke ich, dass wir hier mit dem Preis steigen könnten weiterhin. Denn schauen wir uns jetzt mal hier unseren Aufwärtstrend an, können wir hier sehen, dass wir hier immer höhere Hochs gebildet hatten und haben es auch geschafft, hier Minimum über dieses vorherige hoch zu kommen. Und dies ist jetzt sehr, sehr wichtig für den Bitcoin, dass wir es schaffen, hier auf jeden Fall hier an der Aufwärtstrendlinie zu bouncen und nicht ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief als das vorherige zu formen. Allerdings, wenn wir auf unserem 4-stündigen Chart hier die letzten Kerzen anschauen, sieht es so aus, als würden wir hier ein Double Tab gebildet haben und als ob wir uns hier momentan befinden, hier an der Neckline befinden. Dies ist jetzt sehr, sehr wichtig, denn das Double Tab Pattern ist ein bärisches Pattern und sollten wir hier diese Neckline nach unten durchbrechen, wäre unser Preisziel hier bei exakt bei unserem Support Level von ca. 53.500 US-Dollar. Also es bleibt jetzt abzuerwarten, ob wir diese Neckline nach unten durchbrechen und sollten wir diese Neckline nach unten durchbrechen, ob wir es schaffen, hier bei ca. 55.000 US-Dollar hier an unserer Aufwärtstrendlinie zu bouncen, sollten wir dies nicht schaffen und mit dem Preis unter die Aufwärtstrendlinie fallen, sehe ich das nächste Ziel bei Bitcoin, hier bei 53.500 US-Dollar bei dieser großen Support Zone, die wir hier mehrmals als Support hier auch angetestet hatten. Und wechseln wir auf den Daily Chart, können wir hier erstmal sehen, dass das RSI momentan noch über 50 ist, dies wird aber langsam sehr, sehr knapp, also wir müssten jetzt anfangen hier irgendwo mit dem Preis zu drehen, damit das RSI weiterhin bullish bleibt. Wie gesagt, es ist jetzt wichtig, dass wir es schaffen, unsere Aufwärtstrendlinie weiter beizubehalten und nicht diesen Trend, den wir jetzt hier aufgebaut haben, brechen und wieder einen Abwärtstrend nach unten haben. Unser MACD ist auch immer noch bullish auf dem Daily Chart und legen wir hier auch das EMA Ribbon einmal auf dem Daily Chart darüber, sehen wir, dass wir hier einen starken Support von unserem EMA Ribbon bei ca. 56.500 bis hier an unsere Aufwärtstrendlinie von 55.200 US-Dollar haben. Also jetzt bleibt es wirklich sehr, sehr spannend bei dem Bitcoin, in welche Richtung wir uns heute bewegen werden. Und schauen wir uns jetzt Ethereum auf dem 4-stündigen Chart an. Erstmal Glückwunsch an alle diejenigen, die diesen Breakout hier getradet haben. Ihr habt einen schönen Profit mitgenommen und wir haben auch das Target hier exakt erreicht. Wir hatten ein Target von 3.900 bis 4.000 US-Dollar. Unser maximales Hoch lag bei ca. 3.984 US-Dollar. Also wir haben unser Target erreicht und wie gesagt Glückwunsch an allejenigen, die dies getradet haben. Dies wäre ein Profit von ca. 8 bis 9% und mit einem 10er Hebel wären das ca. 85 bis 90% Gewinn, die ihr da mitnehmen konntet. Und wechseln wir auf den Daily Chart von Ethereum, können wir sehen, dass wir gestern hier eine wunderschöne Candle hier von ca. 3.400 US-Dollar bis hoch auf 3.900 US-Dollar hatten. Allerdings sehen wir jetzt an dem heutigen Tag mit dem Bitcoin, der auch mit dem Preis gefallen ist, einen Abverkauf hier und jetzt bleibt es interessant für Ethereum. Momentan sind wir bei einem Preis von ca. 3.789 US-Dollar. Ich denke, dass wir die 4.000 US-Dollar auf jeden Fall erreichen können. Wir haben aber hier gesehen, dass wir bei ca. 4.000 US-Dollar einen Widerstand haben. Dies ist aber völlig natürlich, denn die 4.000 US-Dollar sind auch eine psychologische Grenze und dort haben wir auch einen psychologischen Widerstand. Und das RSI ist ebenfalls bei Ethereum weiterhin bullish. Wir haben einen RSI-Wert von ca. 75 auf dem Daily Chart und auch das MACD ist weiterhin bullish und wir bauen hier weiter höhere MACD-Kerzen auf. Dies ist ein bullisches Zeichen. Bei Ethereum ist soweit alles noch gut, denke ich. Und ich denke auch, dass es möglich ist, dass wir unsere 4.000 US-Dollar mit genügend Volumen schaffen zu durchbrechen. Und schauen wir uns Ethereum auf dem kürzeren Timeframe an und legen das EMA-Ribbon darüber, sehen wir, dass wir hier in der Vergangenheit immer am EMA-Ribbon sehr schönen Support hatten und in der letzten Zeit hier seit dem 25. April nicht unter das EMA-Ribbon auf dem 4-stündigen Chart gefallen sind. Und ich denke, dass wir hier wieder einen Support erwarten können. Sollten wir mit Ethereum jetzt weiterfallen, denke ich, dass wir hier bei ca. 3.600 bis 3.500 US-Dollar einen sehr schönen Support von unserem EMA-Ribbon sehen können. Und schauen wir uns auch jetzt unser 200-wöchiges Moving Average, unsere Heatmap an, können wir sehen, dass wir aktuell bei Bitcoin hier weiterhin uns in einem grünen Bereich befinden. Und wir sehen hier in der Vergangenheit, der grüne Bereich war der Bereich, wo wir mit dem Preis noch weiter ansteigen konnten und der Bitcoin nicht überhitzt war. Ab diesem Punkt, wo es rot wird, sehen wir, dass der Bitcoin überhitzt war und wir eine größere Korrektur gesehen haben. Wie hier ca. Ende 2017. Oder auch hier sehen wir wieder, dass wir hier eine Überhitzung des Bitcoins hatten und daraufhin eine Korrektur gesehen haben. Aber bei dem jetzigen Bullrun sehen wir, dass wir momentan hier noch keine Überhitzung haben von diesem Bullrun und dieser Bullrun auf jeden Fall noch weiterhin fortgeführt werden kann und wir höhere Preise erwarten können. Es bleibt also jetzt sehr, sehr spannend. Es kann sein, dass wir momentan erstmal einen kurzen Drop nach unten erleben. Aber ich denke auch, dass dieser Bullrun noch nicht zu Ende ist und bin weiterhin Bullish eingestellt, genau wie bei Bitcoin und auch bei Ethereum. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates immer als erstes mitzubekommen und ich würde mich sehr, sehr über euren Support freuen. Ich bedanke mich ebenfalls bei eurem Support. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Bleibt alle gesund und bis morgen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag.